Hallo ihr Lieben, ein kurzes Video mit einer großen, großen Bitte. Vielleicht kennt ihr mein Video zu Transgender und Homosexualität. Wenn nicht, verlinke ich es euch nochmal gerne in der Infobox, denn um dieses Video geht es auch. Mir ist es ganz, 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 ganz wichtig, diese Message zu verbreiten. Wir sagen immer, unsere Kinder sind unsere Zukunft. Und niemand sagt so direkt, wie er sich denn diese Zukunft wünscht. Denn ich wünsche mir eine Zukunft voller toleranter Menschen, in der es völlig normal ist, anders zu sein. Und das möchte ich ganz, ganz unbedingt meinen eigenen Kindern vermitteln. Und ich würde mir wünschen, wenn ganz viele Eltern das ihren Kindern ebenfalls vermitteln. Denn das ist unsere Zukunft, eine tolerante Zukunft. Und deswegen habe ich mich bei Thunderclap mit einer Kampagne beworben. Und damit diese Kampagne am 26. Januar starten kann, brauche ich 100 Unterstützer, 100 Supporter. Ihr müsst nichts weiter tun, als unten dem Link zu folgen, euch bei Thunderclap anzumelden. Das könnt ihr auch ganz einfach über euer Facebook-Profil zum Beispiel machen. Da müsst ihr nicht viele Klicks machen. Es ist völlig kostenfrei. Ihr bekommt keine Spam-Werbung. Es zieht sich nichts weiter nach sich. Also ihr müsst wirklich nur euch bei Thunderclap anmelden. Es geht wirklich innerhalb von wenigen Sekunden, wenn ihr es über euren Facebook-Account macht. Und dann ganz, 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 ganz wichtig, bei meiner Kampagne auf Supporten klicken. Also, dass ihr meine Kampagne supporten möchtet. Wie gesagt, die geht nur an den Start, wenn ich bis zum 26. Januar die 100 Supporter zusammen habe. Wenn euch meine Message also gefällt, könnt ihr auch gerne nochmal bei meiner Thunderclap-Kampagne nachlesen. Wenn euch die Message gefällt, wenn ihr das unterstützen möchtet, dann teilt auch gerne dieses Video. Aber ganz, ganz wichtig ist halt wirklich, dass ihr euch als Supporter bei Thunderclap anmeldet. Weil ansonsten kann ich es nicht schaffen. Ich hoffe auf eure Unterstützung und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.